Der FC Bayern muss im Wintertransferfenster das wieder gut machen, was er im Sommer während der Transferphase verbockt hat. Damals ja noch mit der Taskforce, in der sich glaube ich sogar sieben Leute über die Transfers beraten haben. Wodurch dann eben auch das Desaster zustande kam, dass man am letzten Tag zum Beispiel einen Palinja oder auch noch andere Transferziele nicht mehr verpflichten konnte. Wodurch man dann am Ende mit einem sehr dünnen Kader dastand, der qualitativ zwar natürlich dennoch noch gut ist und es auch bis hierhin recht gut gemacht hat. Also auch wenn wir uns zeitlich jetzt gerade nach der 5 zu 1 Klatsche in Frankfurt befinden, hat Tuchel aus dem Kader eigentlich bis auf das Ausscheiden im DFB-Pokal in Saarbrücken das Beste rausgeholt. Gesucht werden und Problemstellen im aktuellen Kader sind sowohl die Sechser, die Rechtsverteidiger und die Innenverteidiger Position. Offensiv sehe ich eigentlich qualitativ wie auch quantitativ keinen wirklichen Bedarf. Da hat man ja unter anderem auch für die kommende Saison schon einen Brian Tharagolfer verpflichtet. Ich habe jetzt mal drei mögliche Transfers rausgesucht, sind alles nicht die bekanntesten Namen. Aber ich meine, wie gerade gesagt, die Tharagolfer-Verpflichtung zeigt ja, dass der FC Bayern unter Freund als Sportdirektor nicht unbedingt die bekanntesten Namen verpflichtet, sondern eher schaut, was für ein Spielerprofil braucht man und passt rein und dann gar nicht mal so arg auf den Namen achtet. Daher habe ich auch mal so ein bisschen in die Richtung geschaut, eher unbekanntere Spieler genommen, die aber meiner Ansicht nach dennoch helfen könnten, weil das Profil halt eben genau dem entspricht, was man sucht. Ich nenne dann einfach meinen Favoriten, erzähle so ein bisschen zu ihm und gehe vielleicht noch auf ein paar andere Alternativen für die Position ein. Und wir starten dort, wo es gerade die intensivsten Gerüchte gibt, nämlich um Ronald Araujo von Barcelona. Den habe ich natürlich nicht, aber es geht in dem Fall auch um einen Spieler, der so ein bisschen ein Hybrid aus Rechtsverteidiger und Innenverteidiger ist und problemlos beide Positionen bestücken kann. In dem Fall ist mein Vorschlag da Bafodé Diakité vom OSC Lille. Der 22-jährige Franzose kommt aus der Jugend von Toulouse, ist also bestens ausgebildet, hat damals bei Toulouse in der Ligue 2 vor allem noch Innenverteidiger gespielt. Bei Lille wiederum war er dann letzte Saison, wie ich finde, einer der besten Rechtsverteidiger in der Ligue A. Also ist er natürlich sehr defensiv stark von seinen Anlagen, ist physisch recht stark, wenn er Außenverteidiger spielt, auch recht Kopfball stark. Vorne torgefährlich, sowohl aus dem Spiel heraus, aber auch vor allem bei Standards. Zudem ein extrem progressiver Spieler, vor allem sein Passspiel könnte den Bayern da zugutekommen. Er ist sowohl ein sicherer Passspieler, spielt aber auch viele progressive und vertikale Pässe, die das Spiel wirklich nach vorne bringen. Also da könnte er den Bayern wirklich helfen, vor allem auch im Aufbau. Die Frage ist so ein bisschen, kann er die von Tuchel schon eher inverse geprägte Außenverteidigerposition spielen? Er hat es zwar noch nicht gemacht, aber ich würde es ihm durchaus zutrauen, denn er hat sowohl innen verteidigt, aber hat auch das gute Passspiel und daher würde es von seinen Anlagen schon Sinn machen, dass er da ausspielen kann. Braucht vielleicht ein bisschen Eingewöhnung, aber auch ansonsten ist er trotz seinem bulligen Körperbau, wie ich finde, schon ein beweglicher und auch vor allem antrittssteiger Verteidiger. Aber auch die Frage nach der Verfügbarkeit, die sich in einem Wintertransferfenster natürlich schon noch erstellt, wie im Sommer, ist bei ihm, glaube ich, keine allzu große, denn wenn da jetzt der FC Bayern anklopft, glaube ich kaum, dass er das nicht wollen würde und dass Lille da auch verhandlungsbereit wäre, denn er war letzte Saison, wie gesagt, gesetzt. Diese Saison zunächst auch, hat dann immer mal wieder ein Spielpause bekommen. Zudem war er jetzt die letzten zwei Spiele nur auf der Bank. Ihm wurde so ein bisschen der Rang abgelaufen von Thiago Santos. Von daher wäre das durchaus eine realistische Variante, die aber auch vom Profil gut passt. Alternativ gäbe es für diese Rolle, also einen Spieler, das wohl innen als auch rechts verteilen kann, der schon gefragt ist, gerade für Tuchel. Einen Trevo Cialoba, zu dem gab es ja auch einige Gerüchte, ist aber nicht unbedingt mein Favorit. Es gäbe Mükele und Tomiyasu, die jetzt aber beide wieder fit sind und eigentlich mehr oder weniger auch Stammspieler bei anderen Top-Teams sind. Unter anderem bei Mükele wurde ja auch schon eine Anfrage von Bayern abgelehnt seitens PSG. Und eine andere Variante wäre noch Thilo Kehrer. Werden jetzt die meisten nicht unbedingt ganz so gerne hören, aber er ist auf jeden Fall gerade nicht gesetzt. Ich glaube, als Backup wäre er da durchaus eine sehr gute Variante als deutscher Spieler, der eben auch beide Positionen gut spielen kann. Aber ja, hat er jetzt nicht mehr das große Entwicklungspotenzial und da würde ich dann doch eher lieber einen jüngeren Spieler wie Diakite sehen. Dazu gab es zwar keine Gerüchte, aber ich persönlich fände in dem Kader eigentlich noch einen Innenverteidiger sinnvoll, der Linksfuß ist. Das hat man derzeit gar nicht. Gut, man hat nur drei Innenverteidiger. Der Licht ist zudem verletzt. Also ja, da hat man halt einfach einen Bedarf. Mein Vorschlag ist eigentlich eher Linksverteidiger, beziehungsweise er kann beide spielen, spielt in den letzten Jahren eher Linksverteidiger, ist für mich von der Statur her aber eigentlich eher ein Innenverteidiger. Aber ich fände eine Verpflichtung durchaus sinnvoll, dass er da beide Positionen abdecken kann. Auch nicht unbedingt als absoluter Stammspieler. Aber zunächst einmal, wer ist es? Und zwar rede ich von Arthur Theat. Der ist Belgier, spielt derzeit bei Stadren, 23 Jahre alt, ist 1,86 groß und dementsprechend schon nochmal physisch stärker wie Diakite. Stadren, dementsprechend aber auch nicht ganz so beweglich. Aber er kann auch durchaus links die Linie rauf und runter ackern. Als Linksverteidiger macht er derzeit auch sowohl bei Stadren, als auch bei der belgischen Nationalmannschaft unter Tedesco als Stammspieler. Zudem schon sehr erfahren, mit 23 Jahren hat mehrere Saisons als Stammspieler, sowohl in Italien als auch in Frankreich in der 1. Liga hinter sich. Ihn könnte man auch auf jeden Fall verpflichten. Stadren spielt wirklich in der Liga, also national eine Katastrophensaison. Ich sind da nur 13. mit 15 Punkten aus 15 Spielen, also komplett unter den Erwartungen. Theat zeigt eigentlich trotzdem stabile Leistungen, vor allem defensiv. Und ich fände ihn wirklich für die Kaderbreite sehr sinnvoll. Du hättest dann halt einfach eine Option als Linksfuß in der Innenverteidigung, was ich immer wichtig finde. Zudem ist Alphonso Davies derzeit überhaupt nicht auf dem nötigen Niveau. Klar hast du noch Guerrero, den sehe ich aber auch vielleicht eher auf der 8. Gerade weil Tuchel defensiv schon eher Füßesteige und Defensivsteigespieler will. Das ist Guerrero überhaupt nicht. Und Tert ist das komplett. Deshalb wäre er im Kader wirklich eine gute Komponente. Und ich glaube, er könnte da wirklich auch nochmal auf ein ganz neues Niveau kommen. Das ist so ein Spieler, der passt sich eigentlich immer dem Niveau der Mannschaft an, in der er spielt. Und ich glaube, er könnte, wenn er da bei Bayern zum Einsatz kommt, schon nochmal einen ordentlichen Sprung machen. Weshalb ich ihn als Linksfuß für die Hybridrolle auch zwischen Links- und Innenverteidiger sehr gut fände. Tert könnte diese Rolle als inverser Außenverteidiger auch wirklich perfekt bestücken. Hat er, glaube ich, sogar schon seine Erfahrungen mitgemacht. Ist ebenfalls wie Diakite extrem torgefährlich. Auch aus dem Spiel heraus bringt sich da auch offensiv ein. Zudem ist er wirklich ein guter Passspieler. Klar habe ich bei Diakite auch gesagt. Aber Tert ist genauso progressiv im Passspiel. Aber auch mit dem Ball am Fuß kann der den wirklich nach vorne treiben. Bringt somit nochmal ein anderes Element mit. Ist auch nochmal ein bisschen weiter in seiner Entwicklung. Alternativen gibt es da eigentlich kaum. Auch weil es generell recht wenig Linksfüßige Innenverteidiger auf Top-Niveau gibt. Und von denen, die es gibt, sind halt die wenigsten derzeit für den Winter verfügbar. Tert war jetzt einfach mal so ein Gedanke von mir, der eigentlich ganz gut passen würde. Ist jetzt aber auch nichts, was der FC Bayern laut Medienberichten derzeit explizit sucht. Aber fällt halt dennoch in die Kategorie flexibler Spieler, der auch Innenverteidiger spielen kann. Und somit die Kaderbreite verstärkt, die derzeit vor allem auf der Innenverteidigung viel zu dünn ist. Und mein letzter Vorschlag ist ein Spieler für die Sechs. Eine Holding Six natürlich. Und klar, wenn man da einen Palinja bekommen könnte, wäre das natürlich schon eine gute Verpflichtung. Im Sommer ist es ja noch gescheitert. Ich habe jetzt schon eher mal auf Alternativen geschaut, die in einer anderen Preiskategorie also deutlich drunter zu haben sind. Du könntest natürlich auch noch einen Philips von City holen. Vielleicht per Laie. Oder einen Subimendi ist man ja jetzt mittlerweile auch sogar fast stärker interessiert wie ein Palinja. Aber der wird wohl auch nur im Sommer zu haben sein. Deshalb ist mein Vorschlag schon so ein bisschen kurios. Aber ich würde es wirklich so gerne sehen. Ich mag den Spieler sehr gerne. Nämlich Ali Almusrati von Braga aus Portugal. Er erfüllt halt genau das gesuchte Profil eines füßestarken Abräumers, der im eigenen Ballbesitz seine Position hält. Und gleichzeitig aber auch eine gewisse Spielstärke für den Spielaufbau mitbringt. Das Ganze wird wahrscheinlich aufgrund seines Status als lübischer Spieler bei keinem der absoluten Top-Klubs aus Portugal wohl niemals passieren. Einfach, ja, das ist eigentlich kein typischer Bayern-Transfer. Aber gut, vorhin habe ich es gesagt. Unter Freund wandelt sich da vielleicht so ein bisschen die Transferpolitik. Ob man ihn jetzt holt, wage ich dennoch zu bezweifeln. Aber um es nochmal weiter auszuführen. Er ist halt genau das, was man braucht. Im eigenen Ballbesitz bleibt er hinten, hält die Position, ist dann in der Restverteidigung da, wenn man ihn braucht. Räumt dann eben auch ab, was vor ihm kommt. Ist ein wirklich füßestarker, guter Sechser, dagegen den Ball. Defensiv gewinnt er die meisten Zweikämpfe. Aber auch im Aufbau ein guter Passspieler. Hat eine gute Passquote. Vor allem auch viele progressive Pässe, was man ihm so auf den ersten Blick gar nicht zutrauen würde. Er selbst kann den Ball natürlich nicht tragen, aber sein Passspiel ist da für ein und Sechser wirklich echt gut. Qualitativ ist es natürlich die Frage. Er spielt für Braga, nicht der größte Verein, beziehungsweise in der portugiesischen Liga, nicht die besten Gegner. Hat natürlich auch europäische Erfahrung mittlerweile. Ist aber generell eher ein Spätsünder in seiner Karriere gewesen. Qualitativ natürlich nicht auf dem Niveau, was man braucht, was man sucht. Also ein Philips, ein Subimenti, Palinja sind natürlich qualitativ besser. Aber oftmals ist es einfach wichtiger, dass ein Spieler genau in das Profil passt, wie das jetzt die Qualität mitbringt. Also war beispielsweise ein Javi Martínez Weltklasse. Eigentlich eher nicht. Dennoch war er enorm wichtig für die Bayern-Mannschaft. Dass, wenn er reinkam, hat er seinen Job gemacht auf der Sechs als Abräumer. Klar, er ist vielleicht noch ein bisschen besser wie ein Almus Rath hier aktuell. Aber wie ich finde, würde er den Bayern da wirklich sofort weiterhelfen. Wenn man ihn genauso einsetzt, wie er eben derzeit bei Braga performt. Und genau das will man ja eigentlich. Man sucht genau dieses Spielerprofil. Und da der Fit, wie man einen Spieler in einer gewissen Rolle einsetzt, oftmals wichtiger ist, wie die Qualität des Spielers, denke ich, dass es eine gute Option wäre. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich davon überzeugt bin, dass es in irgendeiner Form passieren wird, dass Bayern auf ihn aufmerksam wird. Falls doch, fände ich es wirklich einen coolen Transfer, weil es eigentlich ganz gut passt. Alternativ kann man hier noch einen Mats Wiefer nennen von Feyenoord, der natürlich schon deutlich weiter ist. Er noch ein bisschen offensiv stärker. Nicht der klassische Sechser, es aber dennoch spielen kann und wirklich ein enormes Potenzial mitbringt. Zudem, wenn wir gerade bei Feyenoord sind, habe ich vorhin als Rechtsverteidiger Gerhard Reuter vergessen, der auch eine gute Option wäre. Fraglich, ob man da einen von Feyenoord im Winter loseisen könnte, deshalb eher so am Rande. Und noch aufgrund der Personalie von Christoph Freund als neuem Sportdirektor, muss man hier einen Guarnard Duat von Salzburg in den Raum werfen. Also spielt er somit beim Ex-Klub von Freund, der hat ihn damals nach Salzburg geholt. Derzeit ist es nicht unbedingt seine beste Phase, aber rein grundsätzlich ist er schon sehr erfahren. Trotz seines jungen Alters hat schon viele League A-Spiele hinter sich. Passt auch perfekt in die Rolle als Holding Six und bringt auch das Potenzial mit später mal wirklich ein Top-Spieler zu werden. Aber hier habe ich dann wirklich noch so Bedenken, ob er qualitativ schon gut genug ist, die ich bei Almus Rati tatsächlich so nicht hätte. Das soweit mal meine Kandidaten für die Problemstellen, für die offenen Kaderstellen beim FC Bayern, die man im Wintertransferfenster noch aufbessern möchte bzw. auch muss aufgrund der Kaderbreite. Was sagt ihr zu meinen Vorschlägen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder habt ihr noch andere, bessere Vorschläge? Auch gerne unten reinschreiben. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hort rein und ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.